Hallo, ich bin Julia von Dropcast, dem Podcast von Dropmac und normalerweise mache ich ja mit Tom die Film-News und Serien-News, die immer am Sonntag überall dort erscheinen, wo ihr Podcasts abonnieren könnt und wir bringen euch jede Woche auch ein What to Watch mit und letzte Woche habe ich mitgebracht Years and Years einer Serie, die letztes Jahr auf dem BBC erst ausgestrahlt wurde und ihr jetzt auf Amazon Prime im Stars Channel sehen könnt und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich diese atemberaubende, beeindruckende, dystropische Science-Fiction-Serie gucken die ganze Serie kommt von den Machern, die auch zum Beispiel Doctor Who gemacht haben eine andere, total starke Science-Fiction-Trash-Serie, die ich total empfehlen möchte aber Years and Years, die hat wirklich, it blows my mind, was passiert in Years and Years wir verfolgen über 15 Jahre eine viergeschwisterige Familie aus Manchester, die Lions und deren Kinder, Großmütter, LiebhaberInnen und so weiter und so fort und diese vier Geschwister befinden sich im Mittelpunkt des wilden Weltgeschehens, sage ich mal und was da passiert, ist irre Leute, es ist wirklich krass und das Besondere an dieser Serie ist, dass es völlig plausibel dargestellt wird, welche große Ereignisse die nächsten 15 Jahre prägen werden. In der ersten Folge werden die ersten fünf Jahre gezeigt, da haben wir die zweite Amtszeit von Donald Trump, Angela Merkel stirbt, die Bienen sterben, es kommt zu diversen großen Krisen und die Serie endet mit einem Wahnsinns-Cliffhänger einer globalen Krise, die Donald Trump in den letzten Tagen seiner zweiten Amtszeit beursacht, aber no spoilers. Und in den nächsten Folgen erleben wir, wie die einzelnen Geschwister sich eben zu dieser Krise verhalten müssen, es gibt Folgen dazu, was eine Weltwirtschaftskrise mit unseren Sicherheiten machen kann, aber auch zum Beispiel wie es ist, ein Geflüchteter zu sein und diese Storyline finde ich besonders bewegend, weil sie kombiniert wird, mit einer Liebesgeschichte, die einem wahnsinnig um die Haut geht. Das war eine Folge, die ich sehr, sehr tränenreich unter der Bettdecke verbracht habe. Und das Ganze ist so krass, weil die uns auch zeigt, wie wir uns verändert haben, schon in den letzten Jahren, aber auch wie wir uns verändern werden. Vor zehn Jahren konnten wir es uns irgendwie noch leisten, unpolitisch zu sein. Wir waren natürlich irgendwie links und wir waren irgendwie politisch, aber in Wirklichkeit halt nicht so. Wir haben so eine Zeitung gelesen, eher als Unterhaltung. Und heute hat man das Gefühl, man kann kaum mehr Nachrichten konsumieren, ohne dass es richtig, richtig schlimm ist. Irgendwie alles ist schlimm, der Regenwald brennt, ist schlimm. Donald Trump ist schlimm, Gesundheitswesen in Amerika ist schlimm, Corona ist schlimm. Und das ist richtig krass. Und diese Serie treibt es natürlich alles noch auf die Spitze, zeigt uns, was passiert, wenn wir den falschen PolitikerInnen vertrauen, zeigt uns aber auch, was passiert, wenn wir eben nicht uns politisieren, wenn wir nicht handeln, wenn wir nicht auf die Straße gehen, wie zum Beispiel Fridays for Future das macht. Und das Ganze auf eine sehr menschliche Art und Weise, eben weil es so nah an den Charakteren bleibt. Gleichzeitig hat der BBC ein wahnsinniges Musikstück gefunden, um die Zeitläufe darzustellen. Das dynamisiert die einzelnen Folgen total und diese Balance aus dynamischem Weltgeschehen, das irgendwie in einem Zeitraffer, ja, auf den Zuschauer, die Zuschauerin bombardiert wird und gleichzeitig diesem normalen Familienleben, das man auch hat, diesem Alltag, weil natürlich ist man immer auch ein Mensch im Alltag, egal was die Krise da draußen bringt. Das finde ich wirklich total großartig. Und warum ich die Serie vor allen Dingen empfehle, ist wegen ihrer sehr, sehr, sehr schlauen letzten Folge, die irgendwie einen wahnsinnigen Twist enthält, aber auch nach sieben Folgen des tropischen Pessimismus, an denen man eigentlich verzweifeln möchte, wo man völlig paranoid wird, eine ganz, ist irgendwie, der Serie gelingt es, da einen Haken zu schlagen und dieser Haken macht die Serie ausgezeichnet. Und ich wünsche ihr wirklich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele ZuschauerInnen und hoffe, ich konnte euch ein bisschen gewinnen. Auch zum Beispiel Tom, der vielleicht die Optik nicht so gerne mochte, der BBC hat ja eine ganz andere Optik als zum Beispiel Hollywood. Bitte schaut doch die Serie, sagt uns, wie ihr es findet und wenn ihr weitere Reviews wollt, dann bleibt doch gleich hier bei Instagram oder geht zu Instagram, wenn ihr das als Podcast hört oder hört uns einmal pro Woche zu, wie wir euch Dinge empfehlen, erklären, erzielen und so weiter und so fort. Ja, es war mir eine Freude, endlich mal wieder eine Review zu machen und wir hören uns. Bye!